Probiere nun selber Schleifen in deinem Programm zu verwenden. Erstelle eine Animation mit Hilfe von Schleifen. Dein Objekt kann zum Beispiel das Aussehen verändern oder natürlich auch andere Sachen machen. Hier ein Tipp, wenn du selber gezeichnete Objekte animieren willst. Zeichne zuerst einmal dein Objekt, kopiere dann das Aussehen und verändere dann die Kopie. Du kannst natürlich auch mehrere Objekte animieren. Ich bin schon gespannt auf deine Animation. Die Funktion. Wir haben heute eine Schleifung.